Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's! Hier kommt Manni, 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 Manni die Maus! Ja Manni aus Hamburg, ihr kennt das jetzt auch! Jetzt kommt Manni, Manni die Maus! Hier geht's genau! Manni die Maus! Jetzt auch bei YouTube! Augen auf, Ohren auf! Sei du klug! Und sei dabei, wenn ich in Hamburg unterwegs bin und so! Mit der Manni Show! Hallo liebe Leute! Herzlich willkommen zur Manni Show! Und auch ein herzliches Hallo an meine gute Freundin und Co-Moderatorin Annika! Moin Manni und Hallo an alle anderen da draußen! In unserer vierten Sendung geht es um Tiere und ein wenig um Biss. Ja Manni, aber Biss hat nicht immer gleich etwas mit Tieren zu tun. Richtig! Bei unserem heutigen Lieblingssport muss man sich wirklich durchbeißen. Das ist schon ganz schön anstrengend, aber auch unglaublich cool! Im wahrsten Sinne des Wortes! Ja, richtig! Danach bekommen wir noch tierischen Besuch von Alexandra. Die bringt uns heute ein Kaninchen aus dem Wildpark Lüneburger Heide mit. Genau! Alexandra ist die Leiterin der Tierpflege und sie hat uns durch den Wildpark geführt. Das war so schön! Das fand ich auch! Und die Kaninchen waren so süß! Aber die darfst du nicht behalten! Die wohnen ja im Wildpark! Oh Mann! Schade! Aber du hast doch mich! Ich bin doch auch flauschig, oder? Ja, du bist meine kleine Kuschelmaus! Auch wenn du nicht mehr so klein bist! Hihi! Naja, dann bin ich halt deine große Kuschelmaus! Ja, das bist du natürlich! Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt geht's weiter mit Phil! Denn der war mal wieder in Hamburg unterwegs! Ähm, Anni, hast du nicht noch was vergessen? Vergessen? Ich? Was denn? Na, dein Tageswitz! Ach ja, der Tageswitz! Äh, was ist unsichtbar und riecht nach Kaninchen? Keine Ahnung! Kaninchenpups! Hihihi! So, und nun zu Phil! Hallo Leute! Ich bin's mal wieder, euer Phil! Unterwegs in sportlicher Mission, wie immer! Heute geht's um das Thema Eishockey und dazu bin ich zu Besuch hier beim HSV, beim Kinder- und Jugendtraining und verabredet bin ich mit Finja und mit Kevin und die werden mir gleich ein bisschen was zeigen und nachher auch ein paar Fragen beantworten, wie immer. Also, viel Spaß! Hallo Finja, wie alt bist du? Ich bin elf Jahre alt. Und wie lange spielst du schon? Ich spiele jetzt schon fünf Jahre. Oha, das ist schon eine ganze Weile! Kevin, wie lange spielst du schon? Also, ich spiele jetzt acht Jahre. Okay, das merkt man auch. Die beiden haben es nämlich schon richtig gut drauf. Und was braucht man denn unbedingt, um Eishockey zu spielen? Also einmal hier, wie gesagt, schon den Helm. Okay. Dann natürlich einen Schläger. Ein Schläger, alles klar. Handschuhe. 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 Einen Brustschutz. Einen Brustschutz? Ja. Okay. Einen Schnittschutz. Dann braucht man eine Hose. Das ist das hier. Okay. Schienbeinschoner. Die Knie sind mit geschützt. Und ganz wichtig, da unten an den Füßen? Schlittschuhe. Schlittschuhe. Das sind halt richtige Eishockey-Schuhe. Finja, wie oft trainierst du in der Woche? Zweimal. Zweimal. Und reicht das aus, um richtig gut zu werden? Ja. Natürlich reicht das aus. Ich habe es ja gesehen, wie gut sie spielen. Ich habe ja gesehen, sind da eine Menge Jungs irgendwie auf dem Eis. Stimmt das? Ist das ein Jung-Sport hauptsächlich? Ja. Okay. Ich bin auch dabei. Ah, Finja. Na klar, das stimmt. Also, an alle Mädchen da draußen. Eishockey macht richtig Spaß. Ja? Und natürlich auch jede Menge Jungs. Ja. Im Sommer, wo und wie trainierst du da? Also, wir sind in der Turnhalle von der Schule. Und da haben wir halt immer Koordinationstraining, also Leidertraining. Und dann mit Liegestützen und Seilen hochziehen. Wir bereiten uns so gesehen mit Kraftübungen und sonstiges für die Wintersaison vor. Für welches Team spielst du eigentlich? Also, jetzt spiele ich für HSV Eishockey und davor habe ich in Bremerhaven gespielt. Okay. Und wie ist das beim HSV? Also, ich finde es echt gut hier. Und das macht auch Spaß hier in Hamburg. Okay. Super. Und du spielst auch für den HSV? Ja. Und ich spiele nur HSV. Nur für den HSV? Du hast vorher auch für kein anderes Team gespielt? Ja. Und bist auch noch nicht abgeworben worden? Nee. Okay. Das kommt vielleicht noch. Was für Fähigkeiten braucht man beim Eishockey? Also, man muss schon schnell sein. Man muss eine gute Lauftechnik und eine gute Stocktechnik haben. Und man muss auch gut schießen können. Und das verlangt auch Kraft. Okay. Mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht heute hier bei euch. Und ich werde sicherlich nochmal wiederkommen und meine Stocktechnik ein bisschen verbessern. Ja? Ja, hoffentlich. Und dann würde ich sagen, sagen wir jetzt Tschüss. Und bis zum nächsten Mal, ja? Also, tschau. Mach's gut. Wahnsinn, wie schnell die Schlittschuhe laufen, oder? Stimmt. Aber nun wollen wir Alexandra und das Kaninchen begrüßen. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Dann würde ich sagen, Tür auf für Alexandra Orban. Hallo Alexandra. Hallo Annika. Hallo Manni. Setz dich doch und mach es dir bequem. Ja, danke. Erzähl doch mal, wen hast du uns denn da mitgebracht? Ich habe euch heute die Barbara mitgebracht, eins unserer Bartkaninchen. Ach ja, Barbara, die kenne ich ja schon. Dürfte ich die mal streicheln? Ja, und weil Manni sie ja schon kennt, bekommt er sie dafür einmal auf dem Schoß. Oh, gerne. Hallo Barbara, komm mal zu mir. Oh, wie kuschelig. Sehr flauschig ist sie. Ist sie genauso flauschig wie Manni? Hm, ein bisschen flauschiger ist sie schon. Aber Manni, du bist auch flauschig, keine Sorge. Okay, ich wollte gerade sagen, denn eigentlich bin ich der Flauschigste in Hamburg. Sag mal, was ist denn so ein Kaninchen eigentlich? Ich hoffe keine Mäuse. Nein, Kaninchen sind reine Pflanzenfresser. Also ganz viel Grünzeug. Möhren, Äpfel, Paprika und natürlich immer gutes Gras und getrocknetes Gras, also Heu. Auch Käse? Nein, Käse mögen Kaninchen nicht. Okay, dann bin ich beruhigt. Aber weißt du was? Ich glaube, sie möchte wieder zurück zu dir. Ja, sie guckt so ein bisschen. Ich hole sie mir mal. So, Mäuschen. Oh, die ist so süß. Aber nun zu dir, Alexandra. Erzähl doch mal, wie bist du Tierpflegerin geworden? Ja, den Wunsch hatte ich schon von klein auf. Und irgendwie hatten wir auch immer Tiere zu Hause. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das sogar mit einem Kaninchen angefangen. Und wenn man jetzt Tierpflegerin werden möchte, was muss man dann in der Schule gut können? Oh, man sollte auf jeden Fall gut in Mathe sein. Bio sollte einem gut liegen. Und sportlich sollte man auch sein. Man muss kein Spitzensportler sein, aber man muss Ausdauer haben und zäh sein. Weil die Arbeit als Tierpfleger ist körperlich sehr anstrengend. Und du bist bei Wind und Wetter, egal ob Sommer oder Winter, immer draußen. Aha. Und sag mal, in der heutigen Sendung geht es ja auch um das Thema Biss. Kannst du uns sagen, bei euch im Wildpark, welche Tiere eine wirklich große Bisskraft haben? Eine wirklich große Bisskraft haben zum Beispiel unsere Bären. Die können schon kräftig zubeißen. Aber auch kleinere Tiere, wie der Vielfraß, sind auch nicht ohne. Und selbst Barbara, wenn es ihr jetzt viel zu viel werden würde, könnte sich mit einem Biss wehren. Und gibt es auch Tiere, vor denen du Angst hast? Angst, glaube ich, sollte man nie haben, aber immer Respekt. Na klar, Respekt, Digga. Ich hoffe, man muss auch vor dir ein bisschen Respekt haben, oder? Vor Manni immer. Und was mich noch interessieren würde, habt ihr das ganze Jahr geöffnet? Kann man also auch im Winter bei euch vorbeikommen? Ja, du kannst uns das ganze Jahr über besuchen, egal ob im Sommer oder im Winter. Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Ah, Alexandra, aber ich bin ja auch bei euch gewesen und hab mich umgeschaut. Und genau diesen Film wollen wir uns jetzt anschauen. Also, Film ab! Hallihallo! Kommt mit rein! Und erst mal auf den Spielplatz. Und schon einige neugierige Bewohner. Verabredet bin ich mit Alexandra. Und die hat mich mit einem Bollerwagen abgeholt. Mensch Manni, schön, dass du heute bei uns im Wildpark Lüneburger Heide bist. Ja, ich freue mich, so viele neue Freunde kennenzulernen. Wirst du mir denn heute auch helfen bei meiner Tierpflegearbeit? Aber na klar! Ja, dann bin ich gespannt, dann lass uns mal loslegen. Mäuse stark, ich freue mich! Und dann sind wir los. Unsere erste Station, Schweine füttern. Oh! Oh! Oh, 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 oh. So, jetzt gibt's Futter. Ui, äh, äh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Oh, schau mal, kleine Ferkel. Sind die süß? Was meinst du, wie alt sind die? Äh, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Tage? Sieben Tage. Oh, sieben Tage, also genau eine Woche. Richtig. Und noch ganz klein und süß, ne? Oh, sehr süß. Als nächstes die Poitou-Esel mit dem zotteligen Fell. Was ist zu tun? Wir sind hier bei den Eseln und die haben ja ihr altes Heu nicht aufgegessen. Das müssen wir einmal zusammenhaken. Ich geb dir mal den Äppelboi. Äppelboi, interessant, okay. Und dann einmal mit der Hake das alte Heu da reinmachen. Kein Problem, ganz easy. Wie beim Zimmer aufräumen zu Hause. Hast du da auch so viel Heu bei dir im Bett? Äh, nee, Heu nicht, aber na ja, was halt so anfällt. Käsekrümel und so weiter, na ja. Ich geb dir noch ein bisschen Futter. Mach mal deine Hand weit auf. Gut, dass meine Tasche so groß ist. Oha, die haben ja richtig Hunger. Ja, wir bringen ja jetzt auf das Frühstück. Was hören die eigentlich für Musik? Reggae zufälligerweise? Könnte man fast denken bei der Frisur, ne? Ja, genau. Verwöhnen sie noch einen kleinen Moment und dann müssen wir aber auch schon weiter zu unseren anderen Tieren. Alles klar, ich bin dabei. Bye, bye, ihr Esel. Tschüss. Guck mal Manni, das ist Mischon. So wie er guckt, kann er dich noch gar nicht richtig einschätzen. Uiuiui, der ist ja ganz schön groß. Ja, das ist unser größtes oder schwerstes Raubtier hier bei uns im Wildpark. Und wie viel Kraft hat so ein Bär? Oh, die haben ganz, ganz viel Kraft. Alleine mit dem Maul, wenn er da mal richtig zudrückt, könnte er eine Bowlingkugel einfach so kaputt machen. Eine Bowlingkugel? Wow, so stark? Aber soll ich dir mal zeigen, wie viel Feingefühl sie mit dem Maul noch haben? Kannst du gut werfen? Na klar. Ja, dann... Spiel doch gerne Baseball. Dann versuch dein Glück. Und... Oh, das war ja bärenstark. Und wie alt ist der Bär? Er ist jetzt erst fünf Jahre alt. Fünf Jahre? Und schon so groß und kräftig? Ja, er ist voll ausgewachsen. Er könnte nur noch ein bisschen mehr Masse kriegen. Ah, noch mehr Masse. Okay, na gut, dann gibt's jetzt noch ein Ei. Aufgepasst! Dann lass mal gucken, ob wir noch andere Tiere finden, die wir heute füttern können. Okay, dann lass uns weitergehen. Ja, auf geht's! Oh nein, wie süß! Was sind das denn für Tiere? Das sind unsere Polarfüchse. Füchse? Also ich kenn nur Sparfüchse. Hihihi! Und ich hab ja hier Frühstück mitgebracht. Und jetzt schauen wir mal, wer kommt. Ah, also Weintrauben und Fleisch. Mhm. Mhm, sehr gut. So Manni, da warst du aber heute richtig mutig, dass du dich sogar hier zu den Raubtieren getraut hast. Hat's dir denn hier heute bei uns gefallen? Also ich fand's Mäuse stark. Und eins weiß ich schon, ich komm auf jeden Fall wieder. Und ich bring meine Freunde und meine Familie mit. Das ist super, wir freuen uns schon auf euch. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Es war so toll bei euch im Wildpark. Am liebsten wäre ich gleich da geblieben. Manni, ein Wildpark ist etwas für wilde Tiere und nicht für sparsame Mäuse wie dich. Und du kannst uns doch jederzeit besuchen kommen. Okay, gerne nehme ich das Angebot an. Aber jetzt spielen wir erstmal unser Spiel. Krokodok. Kennt ja jedes Kind. Aber bevor wir anfangen zu spielen, müssen wir uns noch die Hände desinfizieren. Naja, das ist ja Mäuse, klar. Wir spielen ja kein dreckiges Spiel. Okay, Alexandra, nimmst du die Challenge an? Ja, ich nehme sie an. Annika, du auch? Ja, natürlich. Wunderbar, dann würde ich sagen, fängst du jetzt an. Los geht's. Oh, gleich verloren. Annika, sehr gut. Nächste Runde. Das ist wirklich spannend. Oh, sehr gut. Annika, du hast eine echte Tierpflegerin geschlagen. Und Alexandra, dir vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Und bevor du jetzt gehst, habe ich für dich noch eine kleine Überraschung. Ein tierisches Geschenk. Ein Mini-Manni. Oh, vielen Dank, Manni. Ist der süß. Kommst du uns denn mal wieder besuchen im Wildpark? Na klar, kommen wir dich besuchen. Und jetzt, ja, wünschen wir dir und Barbara eine gute Heimreise in den Wildpark. Also, bis bald. Danke, tschüss. Tschau. Annika, das hast du wirklich super gemacht. Und jetzt schalten wir rüber zu Phil. Hallihallo, Phil hier aus Hamburg-Barnbeck. Ich bin hier in der Fußbötler Straße unterwegs auf der Suche nach den Stadtteilsparern. Und wir schauen mal, was da geht. Hast du denn schon mal Geld gespart für irgendwas? Ja. Ja? Wofür denn? Für eine Zeitung, eine megagroße Lampe. Und sparst du jetzt aktuell auf irgendwas Neues? Ja. Worauf sparst du denn? Die Paw Patrol Strandzentrale. Paw Patrol Strandzentrale? Ja. Ja, und was willst du damit machen? Ich habe ein paar Paw Patrol Autos und dann könnte ich damit spiegeln. Okay. Hast du schon mal Geld für irgendwas gespart? Für Mikrofone, für Lampen, für eine Kinderzeitschrift. Ja. Und jetzt aktuell sparst du auf irgendwas Neues gerade? Ja, ich spare auf ein Launchpad. Ein Launchpad, was ist das denn? Das ist ein Gerät mit Knöpfen und wenn du auf einen Knopf drückst, erzeugt das einen Ton. Okay, also du magst sehr gerne Technik höre ich? Okay. Und wofür wirst du das benutzen dann? Damit kann ich dir meine eigenen Songs machen. Ah, toll. Du produzierst Musik? Ja. Klasse. Dann werden wir ja vielleicht noch von dir hören. Ja. Hast du schon mal Geld für irgendwas gespart? Ja, für eine Sonnenbrille. Für eine Sonnenbrille, tatsächlich. Ja, dann könntest du dir gut benutzen jetzt im Sommer, oder? Ja. Ja? Okay. Und sparst du momentan auch Geld für irgendwas Neues? Ja, für Rollschuhe. Für Rollschuhe? Okay. Und wo willst du damit fahren? Weißt du das schon? Ja, im Park oder auf dem Schulhof. Ah, okay. Na gut, dann wünsche ich dir viel Spaß mit den Rollschuhen. Danke. So, das war's für heute von den Stadtteilsparern, heute aus Hamburg-Barnbeck. Ich fand's richtig interessant, wofür die Kinder ihr Geld ausgeben. Aber jetzt zurück ins Studio. Cool. Jetzt wissen wir, wofür die Kinder ihr Geld sparen. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Money Show. Es war wie immer mäusestark. Das fand ich aber auch, Manni. Und Barbara war so süß. Vor allem mit ihrem flauschigen Fell. Ja, so richtig kuschelig. Fast wie ich. Na gut, wir sagen jetzt Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Und tanzt mit uns den Money-Tanz. Eins, zwei, drei. Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's los. Hier kommt Money, 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 Money die Maus. Ja, Money aus Hamburg, ihr kennt das jetzt auch. Ich bin die einzige Maus mit einer eigenen App. Die einzige Maus, die singt und rappt. Die einzige Maus, die auf zwei Beinen durch die Stadt geht. Die einzige Maus, die wirklich weiß, was hier abgeht. Jetzt kommt Money, Money die Maus. Jetzt geht's, genau. Er wohnt in Hamburg, hier kennt er sich aus. Hat viele Freunde, mit denen er ganz viel. Erlebt Abenteuer und nehmen ganz viel. Er zeigt dir seine Schnau, die er so gerne hat. Die kommt Money, 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 Money die Maus. Money, 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 Money aus Hamburg, ihr kennt das jetzt aus. Hier kommt Money, 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 Money die Maus. Money, Money, Money aus Hamburg, ihr kennt das jetzt aus. Ja, Money, Money, Money ist staun. Mhm. Denn eines, das weiß er genau. Das stimmt. Wer sein Geld spart, hat mehr davon. Und kann sogar noch Zinsen bekommen. Wie clever. Er zeigt dir, wie es geht. Wie du dein Geld verlebt. Sie kommt Money. Untertitelung des ZDF für funk, 2017